ja koralli galli auf jeden fall auch gleich eine pause ja auf jeden fall ach man ist nicht wahr als ob 1 von 50 zum glück ach das ist dieses level ok oh halt und fairer scheiß ach so man konnte nach rechts weiter das war auch riskant ich habe nur ein herz hat Ich komme da nicht hoch. Oh, zum Glück. Wahrscheinlich sowieso nur Müll. Ja, war ja klar. Das war aber auch klar, dass das ein Puzzleteil wert ist. Ja, ganz ehrlich, Mann. Geh mich nicht auf den Piss. Ähm, hier wird auch irgendwo, war hier eins drin. Da ist ein Herz. Hier schon? Nein, oder? Doch. Okay. Da ist das O. Ach ja. Ich bin am Herz vorbei. Ist da noch eins? Ich weiß es nicht. Wollen wir weiter? Mir fehlt nur noch eins. Ich glaube nicht, dass da noch eins kommt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wirklich? Ich glaube nicht. Ich bin nicht mehr einer. Wirklich? Werden wir sehen? Na ströder. Ich bin hierher. Ich bin hierher. so wobei im herz brauche ich hier draus gar nicht hallo alles klar ihr wer hätte mir voll live bekommen da wollte ich gar nicht rein eigentlich der ist das ist fast automatisch rein auch nicht schon wieder der scheiß ja gut haben wir schon alle jetzt mehr oder weniger automatisch reingeschwommen nach es war so klar es ist so man wie könnte ausrasten ich habe dann links gemacht er ist nur ein bisschen nach oben geschoben hat man gesehen mehr mehr wollte er nicht hat ihn anscheinend nicht interessiert schon wieder so kurz vor ende ich werde nur getroffen durch so ein scheiß und dieses geräusch wenn die luft bei der hälfte vor allen dingen ist mein mann dieser scheiß oder die luft ist bei der hälfte und die waren schon stress kommen durch da ja er schwimmt einfach dran vorbei juckt ihn halt überhaupt nicht mann wie lange bin ich schon in dieser welt das interessiert mich jetzt ja moin absolut lange weizen wahnsinn kriegen wir dann kong ich glaube nicht wir nehmen auch nur einen oder mit zwei kommen wir nehmen nur ein einmal dixi naja hier gibt es wieder vier fünf vier ja wahrscheinlich gibt es in irgendeinem level vier puzzle teile naja könnte schon hier eins seiner könnte ist aber nicht vielleicht danach links kann man das ausmachen ne da kann man gar nicht hoch oh lol ihn habe ich gar nicht gesehen sollte vielleicht auf seine umgebung achten ja vielleicht schon ok hier haben wir eins ah ja der schießt automatisch der auch wieder ich verstehe es nicht es läuft so scheiße na dann da guck mal ich roll sofort und er macht nichts er lässt sich vom gegner hauen es ist der größte mell es geht mir so auf den sack gerade und gleich noch der boss den soll ich gleich auch noch machen ja herzlichen glückwunsch ja also ich meine dass euch dagegen jetzt noch sagen ich habe gerollt er stirbt einfach es stirbt einfach so ich kann auch gerade machen was ich will es funktioniert einfach überhaupt nichts man hat es doch ganz klar gesehen ich bin ihm entgegengerollt und sterbe ich auf einmal keine ahnung woran halt so das habe ich das heißt weiter ich denke nicht dass sie hier alles sammeln müssen deswegen gehen wir weg regte alles das war knapp gut dass ich den gegner noch mitgenommen habe das level ist doch hier schon vorbei oh nein viel zu lange gewartet keine ahnung was das jetzt hier fehlt eins ist ein kurzes level ich weiß aber nicht wo ich das letzte wo es sein könnte keine ahnung wir nehmen uns mal zwei mit sei jetzt nur noch für das puzzleteil äh Oh mein Gott. Viel zu früh. Ach, da. Oh, wow. No way. Aber ich kann doch noch gar nicht, ich kann gar nicht so straight nach oben, ich dachte schon. Ja. Ist ein einfaches K-Level. Wenn man sich ein bisschen konzentriert, ist das halt echt einfach, ist es auch ein kurzes, muss man ja auch dazu sagen, ziemlich kurzes Level. Denn auf zum Boss. So, wir haben alles, zum Glück. Ist natürlich auch ein Unterwasser-Boss. Ich meine, natürlich, oder? Natürlich. Ich meine, natürlich. Ja, dann lass mal den Spaß beginnen. Na. Jetzt schon spaßig auf jeden Fall. Mussten wir jetzt nicht schon ran. Komm, ich bin ein Herz. Danke. Ich muss auch immer auf seine Luft achten. Da kann man ja auch sterben. Gut, das war die erste Phase. ersten drei Treffors. So, irgendwann kommt ja auch wieder so ein grüner. Genau. Pamion. Und Pamion. Ja. Einmal müssen wir ihn halt noch holen. vielleicht ja schon jetzt. Nice. Okay. Zweite Phase. Wow. Wir kriegen ihn vielleicht wirklich sehr schnell hin. Nein. Ey, komm. Das war jetzt schon wieder ein bisschen unfair. Gut, jetzt kommt die Scheiße. Oh mein Gott. Nice. Okay. Müsste er eigentlich ausatmen, oder? Ja. Und jetzt macht er den. Das heißt, wir gehen ein bisschen vor. Ich hab ihn sogar getroffen. Oh nein. Komm, bitte treff ihn. Nice. Schaffe ich das? Oh ja. 22 Hits. In deine Fretze. 23 sogar. Wow. Schon nicht 22. 25. 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 glaube ich auch anstrengend, aber auch nicht zu doll anstrengend. Wir haben hier die ganzen Bilder, bla bla, hier auch das K-Level Bild, die Musik und das Diorama. Nice, nice, dann geht's äh, ja, 5.1 von der Phantasia weiter. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Donkey Kong Country Tropical Freeze Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.